Millionen Dollar an Skins sind dahin wegen einer riesigen Wackbarnwelle. Als Team bekommen mit 5 Millionen Dollar Inhalt, ist gebannt worden. Sind da wirklich Cheats am Start? Fast alle großen Private- oder White-Cheats werden detektet? Wo ist denn diese Bannwelle? Ah, okay, da. Jetzt gehen wir die Sache mal ganz langsam an. Heute im Stream hat mir jemand geschrieben, hey, Millionen Leute wurden gebannt. So habe ich es zumindest gelesen. Dann habe ich kurz geguckt und hier steht ja auch Millions Lost as Wackbarnwave hits Big Seas Go Inventories. Und hier rafft man dann wiederum, dass nicht Millionen Wackbands reingeflogen sind, sondern eben, dass Millionen Dollar in Form von Skins weggebannt wurden. Beziehungsweise diese Accounts oder einige Accounts eben ein Wackband erhalten haben. Oder eine Tradesperre oder wie auch immer. Die ganze Sache mit der Wackbandwelle kommt mal wieder von Gabe Follower. Man kennt ihn, ein alter Leaker. Und er hat hier in seinem Tweet eben gesagt, das schreiben Sie hier oben auch nochmal, dass wohl einer der krassesten Private-Cheat-Anbieter oder eben Custom-Cheat-Anbieter, dass der wohl gepimmelt wurde. Und darum sind wohl eben auch so viele Inventories eben geschisselt. Denn wenn jemand mit einem dicken Inventory reincheatet, dann natürlich mit privaten oder eben Invite-Only-Cheats. Hier sind schon viele gebannt und es würden auch noch viele gebannt werden. Das war gestern, am 16. September. Natürlich kam direkt die Frage auf, wie groß diese Wackwave denn jetzt ist im Vergleich zu anderen und so weiter und so fort. Und ob eben die Cheater-Community jetzt irgendwie under pressure steht oder halt nervös ist. Er schreibt hier, dass das schon eine ganze Weile läuft. Wir haben ja selbst mitbekommen, dass vor zwei Monaten, das kann man hier sehr gut sehen, also seit ungefähr zwei Monaten ist eben die Kacke scheinbar ordentlich am Dampfen. Es fliegen viele Buns rein. Und dann schreibt er hier noch, aber da weiß ich auch überhaupt nicht, woher er die Info hat oder die Info nimmt, dass die Cheat-Developer eben keinen Plan hätten, was da jetzt gerade abgeht. Und ja, die würden nicht wissen, warum sie jetzt detected wurden und können daran deswegen halt nicht viel ändern. Und natürlich, dass es ein Never-Ending-Race ist, dass aber halt CSGO wohl aktuell gewinnt. Natürlich gibt es dann auch ganz viele Stimmen dagegen. Die typischen Cheater-Stimmen, die halt sagen, ist nicht so. Die typischen Nicht-Cheater-Stimmen, die sagen, Juhu, es rennt und so weiter und so fort. Man sieht hier auf jeden Fall, dass die ganze Show sich hier seit eben Juli, seit Mitte Juli in der Mache ist. Und jetzt nimmt es auch gerade wieder ein bisschen mehr an Fahrt an. Es ist ja ordentlich abgeschwächt. Ich habe damals schon ein Video, glaube ich, über die Sache gemacht oder hier. Und es ist jetzt am Abfallen schon. Aber ja, wer weiß, wer weiß, was jetzt hier wieder passiert. Zu diesem 5 Millionen CSGO-Inventory-Ding ist Folgendes gesagt. Ich habe mir den Account eben angeschaut und ich sehe hier keinen Bann. Ich hatte dazu aber, glaube ich, den Link ja genau hier. Also hat das wohl kurzzeitig ausgesehen. So war es bei mir ja auch. Ich hatte ja auch mal in kurzer Zeit einen Game-Bann beziehungsweise einen Community-Bann. Aber ich glaube, der steht als Game-Bann da. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, selbst nach dem Account geschaut und da ist kein Bann drauf. Seacat ist hier komplett unbescholten. Ich kann es zumindest nicht sehen. Unterwegs. Und diese 4,9 Millionen Dollar in Form von Skins liegen auch nach wie vor hier rum. Also wenn man da reinschaut, da sind schon wirklich dicke Sachen mit am Start. Er hat auch irgendwie Dragon Law, NFN und was weiß ich alles. Also der Account ist fett bestückt und da ist kein Bann drauf. Das war wahrscheinlich vorhin kurz so, jetzt halt nicht mehr. Natürlich sind direkt viele davon ausgegangen, ah ja, ein Cheater hat es erwischt. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, dass man mit guten Cheats eben dann auch ein Inventory haben kann, ist eine Sache. Aber ein Inventory von 5 Millionen Euro oder halt Dollar, wie auch immer zu haben, das, ich würde sagen, das sieht einem Cheater nicht ähnlich. Niemand cheatet und hat 5 Millionen Dollar bei sich da rumliegen. Das ist doch Quatsch. Nicht wegen dem Gedanken, oh, ich werde vielleicht gebannt und dann ist es weg, sondern einfach nur, ich glaube, Cheater haben andere Prioritäten. Cheater haben keine so riesigen Inventare. Es kann gut sein, dass die einige Tausend da da rumliegen haben und auch mein Inventar locker in den Schatten stellen. Aber Millionen, ich glaube nicht, dass so jemand dann irgendwie es nötig hat, sag ich mal, zu cheaten dann halt. Also einfach so von seiner Gestaltung her, von der Art und Weise, was für ein Mensch er auch ist, kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn man sich das hier anschaut, dann haben schon viele gesagt, da ist was im Busch. Ich habe auch vor ein, zwei Monaten ein Video genau hier über diesen Part gemacht und habe gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass da was kommt, zum Beispiel eine neue Operation oder eben, was ja viele gemeint haben, die Umstellung, also CSGO jetzt auf Source 2 importiert und so weiter und so fort. Ich denke nach wie vor, dass was kommt und das hier ist eine Vorbereitung darauf. Es kann aber alles sein. Es kann ein Update sein, wo sie ankündigen, das Wagnet jetzt anderweitig reinballert. Es kann und ich denke, da ist die wahrscheinlich eine sehr hohe Operation sein, die nach dem kommenden Major jetzt dann erscheint oder halt irgendwas anderes. Wie gesagt, CSGO auf Source 2, keine Ahnung. Aber hier ist auf jeden Fall, wie man hier eindeutig sehen kann, also wirklich eindeutig, hier ist was in der Mache, hier ganz chillig, dieser gesamte Bereich, sehr, sehr chillig, sehr moderat und auf einmal geht es hier auf 4.000 hoch und hält sich dann auch recht nah an den 1.000, zumindest ein Weilchen. Irgendwas bereiten sie gerade vor, irgendwas machen sie. Es werden auf jeden Fall Dinge aufgedeckt, die wohl die ganze Zeit verschlossen waren, was Cheats angeht. Ich denke, da können die Cheat-Hammel rumlabern, wie sie wollen von wegen, nein, nein. Also irgendwas ist hier aufgeflogen. Mag sein, dass es sofort 30 andere Private Cheats gibt, auf die man umsteigen kann. Aber dennoch ist hier generell in diesem Bereich, da ist irgendwas schief gelaufen beziehungsweise eben aus der Sicht von Wack und den Legend-Spielern irgendwas eben gut gelaufen. Ich möchte jetzt auch Gabe Follower auf keinen Fall die Glaubwürdigkeit absprechen, weil ich gemeint habe, wo hat er die Infos her? Der wird schon wissen, wie der Hase läuft, weil er ja schon vieles vorhergesagt hat beziehungsweise in Zusammenarbeit mit ihm irgendwelche Dinge aufgedeckt wurden, so wie jetzt ja auch das mit den Hitboxen. Ich glaube, da war Gabe Follower ja auch mit beteiligt, unter anderem. Muss man mal gucken. Ich meine, das hört sich natürlich zu schön an, um wahr zu sein. Aber ja, er ist ja jetzt auch kein Knilch mit irgendwie drei Followern, der halt ab und an bei irgendeinem Scheiß labert, sondern scheint sich auszukennen. Aber die Sache mit dem Steam-Account ist wie gesagt mittlerweile schon längst geklärt. Also diese fünf Millionen Tacken, die liegen noch rum. Ich denke, das war einer der größten Fische, weswegen man diese solche Geschichten hier bei Dexerto zum Beispiel aufkam. Fünf Millionen CSGO-Skins sind weg, also in Dollar halt. Oder bei ihnen hier Millions Lost. Natürlich waren die kurz lost, als er halt diesen kleinen Gamebun hatte, aber danach halt nicht mehr. Sie sprechen hier auf jeden Fall von Eiding-Accounts, die halt gebannt wurden. Ich habe jetzt aber nur diesen einen, diesen größten Fisch, als Beispiel selbst hier gefunden. Ja, wahrscheinlich haben sie auch den Account verlinkt, oder? Nein? Na doch, da ist wiederum der Tweet verlinkt, wo die Accounts drin sind, wo eben der mit den fünf Millionen drin ist. Hier der erste. Naja. Aber hier ist noch ein Tweet von Thor. A private sheet is now detected. Here are some profiles. Viele Accounts, die seit 2016 undetektet waren, wurden jetzt gebannt. Hier sind unter anderem ein paar zum Beglotzen. Aha, aha, aha. Zack, frischer Bann. Bittere Pille. Also, für uns nicht, für ihn schon. Ein weiterer Account. Stinkrattenkönig. Sehr schön. Und auch diese Pissnelige hat es geschafft, einen kleinen Bann zu bekommen. Das ist schön. Also, ich sage dazu am Schluss jetzt Folgendes. Die Banns, die man im Bann-Tracker sieht, die werden wohl so sein, wie sie sind. Wie viele Inventories da jetzt weggenudelt wurden und wieder freigeschaltet wurden, weiß ich nicht. Wir haben ja bereits ein Beispiel gefunden, wo das dann doch so war, dass der Bann wieder aufgehoben wurde. Ob tatsächlich irgendein Private Sheet detektet wurde, weiß ich auch nicht, aber es scheint wohl so zu sein. Uralte Accounts werden gebannt, die die ganze Zeit nicht gebannt wurden. Juchey. Natürlich ist das aus meiner Sicht, also aus der Sicht eines Legits eben, eine schöne Information, dass da jetzt mal wieder ordentlich aufgeräumt wird. Und ich vermute, nach wie vor, dass dieses Jahr noch was kommt und zwar nach dem Major. Irgendwas wird sich reinschleichen, irgendein Update, irgendwas Großes, irgendwas Schönes. Und wenn es nur eine Operation ist. Ich würde mich freuen über die Operation. Ich habe da eigentlich immer Spaß dran. Her damit. Aber alles andere ist natürlich auch gerne gesehen, klar. Somit bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Haut da rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Wir haben jetzt gerade ein Live-Give-Way fertig gemacht und hauen jetzt dann demnächst wieder ein dickes raus, ein richtig, richtig dickes. Ich freue mich schon drauf. Ja, natürlich sowieso ständig in den Streams Viewer-Games und kleinere Giveaways. Also ran, meine Damen und Herren, ran. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dickenfette Mutter auf die Instagram-Messe.